Danke, Frau Vorsitzende. Die Überwachung von Medikamenten ab dem Zeitpunkt der Marktzulassung ist unbedingt notwendig, zumal Arzneimittel an einer vergleichsweise geringen Patientenzahl erprobt wurden. Oft ergeben sich neue Erkenntnisse, erst wenn das Medikament am Markt ist und Arzneimittel, die eine zusätzliche Überwachung brauchen oder eine Unbedenklichkeitsstudie nach der Zulassung unterzogen werden, sollten mit einem schwarzen Symbol entsprechend gekennzeichnet werden. Außerdem müssen Ärzte, Patienten und Behörden rechtzeitig, das heißt schnellstmöglich erfahren, wenn und warum ein bis dahin unbedenklich geltendes Arzneimittel vom Markt genommen wird. Es kann ja nicht sein, dass Investoren von Pharmakonzernen früher informiert werden als Ärzte und Apotheker. Denn die Überwachung von Arzneimitteln, die das so gut sie ist, nützt den Patienten ja erst dann, wenn er rechtzeitig vor einem gefährlichen Medikament gewarnt wird.